ja moin ihr landratten und was geht ab herzlich willkommen auf meinem kanal kasi on tour ja leute was war das für ein wetthaber meine herren uns hat ja hier richtig böse erwischt im land und auch ich bin nicht ganz ohne schäden davon gekommen mir hat tatsächlich jetzt den kompletten gartenzaun zerrissen das war allerdings schon beim sturm am mittwoch gewesen und also den hat es richtig aus der verankerung gezogen und teilweise sind sogar die fasten umgeknickt also das war schon heftig und dann habe ich den zaun was davon noch übrig war am donnerstag mit meinem arbeitskollegen erstmal demontiert was dann noch zu demontieren war weil ja für den freitag der nächste sturm angesagt war und das war auch gut so dass wir den dann abgebaut haben ich glaube da wären mir sonst die ganzen teile um die ohren geflogen das war schon ganz schön heftig ja ich will mich natürlich nicht beschweren weil es gab leute also gerade gesagt warum ist hier so in norddeutschland hat sehr heftig gewütet und es ist ja so dass ja wirklich ich glimpflich davon gekommen das ist nur geringer sachschaden und da hat einige laute ja wesentlich heftiger getroffen sind ja genug bilder auch durchs fernsehen gegangen und so habt ihr das gesehen mit der fähre im hafen vorne wo die scheibe zerplatzt ist also alter schwede das war schon heftig und da kann man wirklich froh sein dass da nicht mehr passiert ist ja hier auch gerade so ein bisschen durch die umgebung bin jetzt das erste mal seit sonntag als ich die queen mary 2 gemacht habe das valentinswochenende sozusagen das erste mal wieder mit dem forza unterwegs hatte jetzt die ganze zeit natürlich auch in der garage gestanden weil konnte es ja nicht fahren und jetzt fahre ich mal eben was dienstliches wegbringen sozusagen und ja momentan geht es also heute vormittag ist ja eigentlich ganz gutes wetter wenn man das mal so sagen kann auf jeden fall im gegensatz zu den letzten zu den letzten tagen es ist auf jeden fall nicht voll und nicht voll ja ist richtig es ist auf jeden fall regnet nicht und nicht windig also ihr seht das ja hier die fahnen die hängen auch alle ziemlich gerade im wind so noch mal ein kleines stück auf die schnellstraße wie habt ihr denn so den sturm überlebt also in einigen regionen die jetzt nicht in norddeutschland gelegen hat war es ja trotzdem ziemlich heftig was man so gesehen hatte an sturm schäden das war ja erwandern ich war samstag noch mal kurz einkaufen dann sozusagen mal eben kurz die trockene faser ausgenutzt und dann allerdings mal im auto gefahren weil ich getränke brauchte und ja wie gesagt in den geschäften war überhaupt nichts los und insofern ging der einkauf relativ zügig verstatten ja und ansonsten habe ich das ganze wochenende auf dem sofa gegangen dann hatte ich ja angefangen mit dem video für die insta360 one r weil ich mir gedacht habe naja wenn es da sowieso nicht zulässt dass du was anderes machen kannst dann fang jetzt endlich mal mit dem video an ja und da steht ja jetzt der zweite teil dann noch aus also sprich wie ich die kamera nutze wie ich sie an den vorzaken gebracht habe und wollte da nochmal so ein paar verschiedene positionen halt eben auch abfilmen um euch mal zu zeigen was man da noch alles so mit anstellen kann ist wirklich eine schöne kamera und mittlerweile habe ich die kamera richtig lieben gelernt ja am samstag wird hoffentlich wieder ein bisschen besser wettertechnisch ich habe gerade schon mit einem kumpel telefoniert mit dem ich da letztes mal unterwegs war mit dem drohnen fliegen und wir wollen mal gucken dass wir uns dann am wochenende nochmal im hafen verabreden ich bin so ein bisschen scharf auf die neue aida die liegt ja momentan in kiel soll aber irgendwann jetzt auch nach hamburg kommen wenn wir glück haben zum wochenende dann würde ich ganz gerne nämlich davon mal ein paar fotos haben aber ich muss erst mal sehen wie sich das generell verhält mit dem drohnen fliegen also das ist ja nicht nur davon abhängig ob es jetzt nicht regnet sondern auch von der windstärke die dann gerade herrscht weil die drohnen die kann man natürlich nur bis zu einer gewissen windstärke fliegen und das ist in hamburg ja sowieso mal ein bisschen tricky weil wir ja meistens jedenfalls da wo ich fliegen gehe oha hier hat der sturm auch richtig gewütet da wo ich fliegen gehe ist es so dass da meistens sowieso mal ein bisschen mehr wind weht also eine windwarnung bekomme ich dann ständig irgendwie angezeigt in der app also das ist noch so was noch abzuwarten bleibt wird dann wahrscheinlich auch wieder dementsprechend voll werden am hafen ja aber ist klar wenn dann das wetter endlich mal wieder mitspielt da sind natürlich alle leute unterwegs und der hafen der ist halt irgendwie auch ein magnet ne zieht echt an und ich bin sowieso jemand der da unheimlich gut chillen kann und entspannen kann und ja im sommer habe ich dann auch manchmal könnte ich mich stundenlang an die elbe setzen und einfach nur Geschiffe gucken so jetzt bin ich da wo ich hin wollte melde mich jetzt erstmal ab melde mich dann anschließend gleich wieder ne so alles erledigt was ich erledigen wollte jetzt geht es auch wieder zurück ja man 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 kann schon was los auf den straßen heute da ist ja richtig betrieb hier in rheinbegtau alter schwede mal wieder mal wieder kommen aber auch alle nicht so richtig aus dem quark ja ich habe mir geschwollen dass ich mich heute nicht ärgern werde sondern einfach genieße dass ich mal wieder auf dem docks sitzen kann aber die ampel wird grün wie für mich gemacht nächste woche ist dann erstmal baumarkt angesagt ich muss gucken dass sich die dass ich mir neue fosten besorge ich weiß aber gar nicht der boden ist momentan so aufgeweicht im garten dass ich die momentan irgendwie gar nicht verankern kann ich mir schon überlegen ob ich mir nicht schnell zement kaufe und wie richtig da einzementieren soll oder muss ich mir eine lösung einfallen lassen also mit den holzdingern das werde ich dieses mal nicht mehr machen habe ich mir überlegt ich werde da wahrscheinlich irgendeine bespannung ziehen eine stoff bespannung gibt es auch speziell für den garten aber fakt ist da muss wieder ein sichtschutz hin also momentan ist da alles auf jeder kann mir im endeffekt auf die terrasse glotzen das mag ich ja nun gar nicht und ja muss man dann mal gucken halt da bin ich mir noch nicht so ganz sicher so jetzt ist es 12 uhr jetzt werde ich glaube ich mal was essen wenn ich wieder in der firma bin und erst mal ein peus hier machen ja schönste an der arbeitszeit sind ja mal die pausen irgendwie nein ich arbeite gerne ich mag meinen job den ich mache und freue mich auch immer wenn wir gut was zu tun haben ja ihr wisst da gar nicht was ich mache vielleicht erzähle ich euch das mal so mein geschirrspüler steht auch noch vor der haustür fällt mir gerade ein wo ich hier längst fahre weil hier um die ecke ist der recycelhof aber dadurch dass das wetter jetzt die ganze zeit so scheiße war habe ich den irgendwie auch noch nicht weggeschaut also ihr seht eigentlich habe ich zu tun ohne ende aber kriege nichts gebacken die motivation kommt wieder ich habe da vollste hoffnung hier rechts sind ja unsere ist ja unser schöner wald immer viele spaziergänger mit dem hund unterwegs und so aber gerade das stück wo es ein freier war man kann das hier gut sehen da liegt so viel holz was runtergekommen ist durch den sturm und da kann man sich vorstellen dass es echt immer noch saugefährlich ist da spazieren zu gehen also es kann ja immer noch was runterkommen und da hängt noch so viel totes holz in den ästen und in den bäumen guck mal hier den hat es auch komplett umgerissen direkt neben dem strommast hier immer wieder wahnsinn was der wind echt für eine kraft hat ja ja so ist das halt ja ihr lieben das war jetzt sicherlich nicht der interessanteste blog wochenende geht es wie gesagt wieder los und dann hoffe ich dass ich wieder ein bisschen mehr drehen kann ein paar interessantes paar interessantere sachen in diesem sinne verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch wünsche allen eine schöne restwoche haltet durch auch wenn das wetter jetzt die nächsten tage nicht mehr ganz so gut werden soll aber dann zum wochenende nutzt das aus wer weiß wann der nächste sturm im anmarsch ist in diesem sinne sage ich danke fürs zugucken und sage tschüss bis zum nächsten mal euer kasi tschau tschau